Oh mein Gott, okay. Bist du tot? Nein. Aber ich hätte tot sein müssen. Bist du in Kampf gewonnen? Ja. Ein Krabbeler-Kampf hier. Krabbel sind dann meistens Kussis. 2v1, glaube ich. Hast du jetzt. Ich bin gerade er. Muss ich gewinnen. Ich kenn deren Position. Oh, die kennen wir auch. Okay. Oh mein Gott. Alter, den Schuss. Ich hab gewonnen. Oh nein. Oh nein. Der letzte Kipp. Das war der ekelhafteste, dreckigste Winkel, den ich seit langem geschossen habe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das muss ich dir unbedingt zeigen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott.